In diesem Video geht es heute um die Klimazonen und die Vegetation in Europa. Weltweit werden insgesamt vier Klimazonen unterschieden. Die polare Zone, die gemäßigte Zone, die subtropische Zone und die tropische Zone. Wie du hier erkennen kannst, finden wir drei dieser vier Klimazonen in Europa, nämlich alle bis auf die tropische Zone. Der Norden Europas liegt in der polaren Zone. Danach kommt die gemäßigte Zone, die wiederum unterteilt wird in das ozeanische Klima, das vom Ozean beeinflusst wird, das Übergangsklima und das kontinentale Klima, das vom Kontinent her beeinflusst wird. Im Süden Europa finden wir die subtropische Zone. Auf dieser Karte rot eingezeichnet siehst du den Golfstrom. Der Golfstrom startet im Golf von Mexiko und fließt bis zu uns nach Europa. Die warme Meereströmung des Golfstroms beeinflusst das Klima in Europa sehr wesentlich. Während beispielsweise an der Küste Norwegens Erdbeeren und Gemüse angebaut werden, ist es im gleichen Breitengrad an der amerikanischen Küste wesentlich kälter, da hier der Golfstrom fehlt. Würde der Golfstrom nun versiegen, würde das ganz wesentlich das Klima in Europa beeinflussen. Manche Forscher sprechen sogar von einer anbrechenden Eiszeit. Rechts auf dieser Seite siehst du nun drei typische Klimadiagramme. Einmal aus Murmansk in Russland, das liegt in der polaren Zone. Dann aus Wien in Österreich in der gemäßigten Zone und Palermo in Italien in der subtropischen Zone. In diesem Klimadiagramm aus Murmansk kannst du sehen, dass das Jahrestemperaturmittel gerade knapp über 0 Grad liegt, nämlich 0,1 Grad. Nur in den Sommermonaten steigt die Temperatur hier über 0 Grad und der Niederschlag ist auch nicht besonders stark ausgeprägt. Hier haben wir nun ein Beispiel für eine Stadt in der gemäßigten Zone, nämlich Österreichs Bundeshauptstadt Wien. Hier beträgt das Jahresmittel bereits knappe 10 Grad und es fällt schon um einiges mehr Niederschlag als in der polaren Zone. Wie du hier auch erkennen kannst, ist die Temperatur im Mittel über das ganze Jahr gesehen fast immer über 0 Grad. Hier noch ein Beispiel für eine Stadt in der subtropischen Zone, nämlich Palermo. Das Temperaturjahresmittel beträgt hier bereits 17,4 Grad und wie du sehen kannst, fällt der Niederschlag in den Sommermonaten wirklich massiv ab und geht im Juli sogar gegen 0. Die verschiedenen Klimazonen in Europa beeinflussen natürlich maßgeblich auch die Vegetation. Im Folgenden möchte ich dir nun die europäischen Vegetationszonen vorstellen, und zwar die Tundra, die Taiga, die Laub- und Mischwälder, die Steppe und die Zone der Hartlaubgewächse. Die Tundra befindet sich in der polaren Zone. Durch die flach einfallenden Sonnenstrahlen gibt es in der Tundra nur eine kurze Vegetationsperiode. Deshalb zeichnet sich die Tundra durch karge Landschaften aus, die meist nur von Mosen, Flechten und vereinzelt Gräsern bewachsen sind. Die Taiga liegt auch noch in der polaren Zone, allerdings an der Grenze zur gemäßigten Zone. Die Taiga ist der weltgrößte Nadelwaldgürtel und setzt sich hauptsächlich aus Fichten, Tannen und Lerchen zusammen. In der gemäßigten Zone finden wir dann die Laub- und Mischwälder. Diese bestehen vor allem aus Buchen, Eichen und Ahorn und natürlich auch Nadelbäumen. Geprägt wird die Zone der Laub- und Mischwälder auch durch Äcker, Weiden, Wiesen und Felder, die vom Menschen angelegt wurden. Hier spricht man dann auch von einer Kulturlandschaft. Die Steppe findet man auch in der gemäßigten Zone. Die Steppe liegt allerdings weit vom Ozean entfernt und ist deshalb trocken. Die Steppe ist geprägt von baumlosen Graslandschaften, allerdings einem fruchtbaren Bogen, weshalb in der Steppe oft auch Ackerbau betrieben wird. Die Zone der Hartlaubgewächse hat ihren Namen von den lederartigen Blättern. Diese dienen den Pflanzen als Verdunstungsschutz. Die Zone der Hartlaubgewächse liegt am Mittelmeer und ist geprägt von immergrünen Bäumen, Sträuchern und auch Zitruspflanzen. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder in dein Geografieheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog und wir sehen uns dann in der nächsten Geografiestunde.